Die Papiere der verstorbenen Königin enthalten ihre privaten Gedanken zu Prinzessin Diana, Meghan und Harrys Ausstieg aus der Firma und Prinz Andrew. König Charles hat, Angst, vor der Veröffentlichung der geheimen Tagebücher der verstorbenen Königin, da diese, Schande, über die königliche Familie bringen könnten. Der 74-jährige Monarch hofft, dass die Papiere, die Einzelheiten zu Charles, erster Ehe mit Prinzessin Diana und Prinzessin Cates Beziehung zu Prinz William enthalten, nie ans Tageslicht kommen, werden. Auch die am 8. September 2022 verstorbene Königin Elisabeth II. soll ihre Gedanken zum Skandal um ihren Sohn Prinz Andrew sowie zum Ausstieg von Meghan Markle und Prinz Harry aus der Firma niedergeschrieben haben. Charles weiß, dass die Zeitungen voller Bomben sind, und er verlässt sich darauf, dass Paul dafür sorgt, dass einige von ihnen nie ans Tageslicht kommen, sagte eine Quelle gegenüber in Touch Weekly und bezog sich dabei auf Elisabeths vertrauenswürdigsten Berater, Paul Weibro. Die Quelle sagte, die Tagebücher, könnten das Image der Monarchie ernsthaft gefährden. Der Palast möchte also auf keinen Fall, dass bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Er muss versucht sein, alles loszuwerden. Was ihr Andenken trüben oder noch mehr Schande über die Familie bringen könnte, sagte der Insider über Charles. Die Quelle enthüllte, dass britische Akademiker nicht zulassen würden, dass Charles die Papiere vernichtet oder die darin enthaltenen Informationen manipuliert. Sie fügten hinzu, Königin Elisabeth war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und ihre Papiere sind von unschätzbarem historischen Wert. Es gibt also viele Leute, die dafür sorgen, dass sie ordnungsgemäß konserviert werden. Und Charles sollte besser als jeder andere wissen, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt.